Hallo liebe Leute, leider kann ich nicht dabei sein. Ich wollte mich natürlich auf dem Weg bei euch bedanken für die Wahl und es hat mich natürlich tierisch gefreut und ist weiter ein Ansporn, einfach weiter ein Vorbild zu sein, meine Leistung zu bringen und ich wünsche euch natürlich viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen werden und drückt die Daumen. Also bis dahin, ciao, ciao.